Schränke sind nie umsonst irgendwo platziert Boah, diese düstere Stimmung, ne? Ich hab schon vieles erlebt Also Vorsichtsmaßnahme So, jetzt kann ich durchsuchen So, wenn wir auch alle Dinger dann Türen verschlossen haben Ich spiel schon die dritte Amnesia Custom Story am Stück Das ist sehr ungut fürs Fürs Geiste, Geistige Denk ich mal Ich lass mich nicht von dem Spiel Mobben oder kaputt machen, ne? Ich halte das aus Ist ja nur Amnesia It's stuck Ja, super Jetzt kommt er bestimmt Dieser Macher hat gut darauf geachtet Nichts, äh So zu machen, dass man es vorhersehen kann Das stört mich auch so an dem Macher Hat das gut gemacht Stört mich, weil ich da mit Färbel Probleme hab Hier aber Stuck Jetzt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr Äh Kurz den Cut Ganz kurz den Cut So Leute, es geht weiter mit Äh, Pduction Und ich hab nur kurz geguckt, was Stuck heißt Stuck heißt stecken Das heißt Sowas Wie es steckt fest Also It's stuck, denk ich mal Heißt so Es steckt fest Was so viel heißt wie Ich komme hier überhaupt nicht weiter Ja Das ist natürlich super Kennt er ja Aber hier irgendwo müsste ja eigentlich Ein Schlüssel liegen Den ich nur mal wieder übersehen hab Hier reinguckt Ja Hier reingeguckt Ja Hier reingeguckt Ja Hey, ich hab doch nicht alles durchsucht Da war noch was So Gut Dann gehen wir mal Aus dem West Wing raus Aus dem Gehen wir zurück zum Atrium Und nehmen uns die andere Seite vor Ich möchte jetzt nicht Tausend Stunden nach dem Schlüssel suchen Unter anderem hab ich ja geguckt Was Stuck heißt Und ich habe Äh Nochmal überprüft Ob man in der Tür abgeschossen ist Was sie ist Denn das mache ich immer Wenn ich Amnesia zöcke Weil es einfach nur beruhigend ist Mein Schrank ist auch ständig auf Den mache ich auch nicht mehr zu Weil, naja Amnesia kann nur recht haben Wenn es besser ist Die Türen Die Schränke offen zu lassen Dann ist das so Und da kann mir niemand sagen Das ist nicht so Amnesia sagt Das ist so Dann ist das so Ganz einfach Was ist das hier? Ja, Stella Möchte aber nicht in den Keller FPS Einbrüche Nehmen wir den Weg So Ich habe nicht mehr viel Öl Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal Den Lapp aus Hier ist Kohle Ne Also ich gehe davon aus Dass es hier so ein Rätsel gibt Wie ist das in In The Dark Decent Gab? Oh nein Heilige Muttergottes Was ist das dunkel hier? Oh Ist das dunkel hier? Nein, 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 nein Hallo? Geht doch Sonderbüchse Laudanum Und das wichtigste Öl Öl ist das Wichtigste Was normales Nur normal Kann ich mal Rein mal bitte Ey , können wir gehen Wenn der Zombie will, dass die Dinger hier weg sind, dann macht er das auch. Ich muss nur ganz ruhig sein, mich nicht bewegen. Dann geht's schon von alleine weg. Oh, fuck. Nee, nee, nee. Guck schön die Lichter an. Er kann nicht anders. Er muss natürlich die Tür kaputt machen. Sieht so aus, als wäre er weggegangen. Aber er hat meine Tür mitgenommen. Ich fand ja natürlich nicht so toll, dass er jetzt meine Tür kaputt gemacht hat. Türen... Warum? Ist das da so versperrt? Ist das gut? Ist das schlecht? Warum ist das so? Gibt es noch zwei... Ja. Ein Schrank. Ich weiß, das ist nervig, aber es muss sein. Vier... Fünfzehn? Nee, Punkt, Punkt, Punkt. Vierfünfzehn, ne? Ah! Ich hab verstanden. Das soll heißen, oben vier, unten fünfzehn. Ist hier sonst noch irgendwas? Da, ne? Ne? Nehmen wir eben noch uns die Tür vor. Soll er ruhig. Soll er ruhig kommen. Soll er ruhig kommen. Ich lasse einen Spalt auf, sodass er mich aber nicht sehen kann ganz. Nur so einen kleinen Todesspalt. Okay. Meine Tür. Man kann ja nicht mal die Tür in den Ruhr lassen. Ja, du musst ja nicht so viele Chips essen, die so knistern. Egal. Einen Schluck Eistee. Das könnte der Typ... Ah, nee, das ist, glaube ich, eine Frau, weil die so geschrien hat. Könnte die Frau, oder was das soll ich, auch gebrauchen. Yo. Okay. Okay. alles Tutti erst weg Tutti Frutti, ich habe meine Tür mitgenommen es werde leasht E-String-Key Was ist das? Das Türke hat keine dritte Handlung, es muss eine andere Art, um ihn zu öffnen den Key, würde ich mal sagen, oder? Ne. Nadel. Ne, da muss man schon irgendwas anderes machen. Ah, drum. Gehen wir zurück. Ja. Düm, düm, düm. Das ist, glaube ich, auch die gleiche Musik, wie wenn man bei Dark Descent das teuflische Ende hat. Diese schöne, beruhigende Musik. Was jetzt? Dining Hall, es ist lockt, perhaps, oder maybe ein Key. Nöp. Gehen wir nach oben. Nehmen wir dann den Weg halt. Ah, schöne hohe Hallen. East Wings, ja. Schlüssel und los. In den Ostflügel. Und schon kommt wieder scheiß Musik. Ihr kennt das ja. Notizen? Ne, keine, aber Öl und eine Zunderbüchse. Dass eine Custom Story so lange dauert, ist doch schön. Hätte ich nicht gedacht. Hinter dem Bild irgendwas? Ja. Oh, viele Kommoden und Schränke und nie ist was da drin. Was für ein Schlüssel ist das denn? Smolky. War so klar. Eistee ruft mich. Ich trinke jetzt immer einen Schluck Eistee, wenn ich in einem Schrank bin. Naja, was heißt ein Schluck? Das war jetzt ein bisschen mehr als ein Schluck. Ich bin jetzt, glaube ich, seit halb drei an Custom Stories zocken und das ist jetzt zehn vor fünf. Das sagt schon mal, wie lang diese auf jeden Fall ist. Die ist sehr lang. Die längste, glaube ich, bis jetzt. Ja, Eil ging nicht so lang. Aber Eil war Eil war übertrieben. Tag? Ja. So. Mal auf Erstmal tue ich suchen. Normales Buch nur. Oh! So Dinge. Er war ein Traitor. Er hatte zu bequillt. Ich werde nichts in meinem Weg stehen. So viele Jahre sind seit ich du, mein Lieber. Aber ich versuche bald. bei der Promise zu I will be with you. Und das ist ziemlich interessant, was hier abgeht. Boah. Dieser Typ, der Abduction gemacht hat, hat sich richtig viel Mühe gegeben. vor allem so viel Zeug wie man hier findet, dann mit diesen komischen Erinnerungsteilen. Was kommt jetzt nochmal das gleiche? Ja. 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 His servants have been making regular patrols, it is only a matter of time before he finds me, at last the portal is safe, he will never find all of the pieces, he will never be able to return, even if die by his hand, at last I can know that the other world we will save from his tyranny. Okay, the one from before I didn't recognize him at first, I never met him in person, but perhaps he can serve as our salvation, he beat him once perhaps a second time as well, he does not even know, perhaps it is better that way. Okay. Ich hab Angst, warum kommt jetzt nichts? Den Weg. Ich hab Angst. Dass hier schon wieder ein Schrank ist, heißt doch schon wieder. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst.